Bravo. Valentine hat sich auf seine Seite gezogen. Wie auch immer. Nachdem er es mir erklärt hatte, hatte ich es verstanden. Fängt man sich ein Virus ein, kriegt man Fieber. Weil der menschliche Körper seine Kerntemperatur hochfährt, um das Virus auszumerzen. Der Planet Erde macht es auf dieselbe Weise. Die globale Erwärmung ist das Fieber. Die Menschheit ist das Virus. Wir machen unseren Planeten greif. Ausdünnung ist unsere einzige Hoffnung. Wenn wir unsere Bevölkerung nicht dezimieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten wie das Ende. Der Wirt tötet das Virus. Oder das Virus tötet den Wirt. In beiden Fällen ist das Resultat dasselbe. Das Virus stirbt. Valentine geht also das Problem der Überbevölkerung selbst an. Wenn wir es nicht machen, macht es die Natur. Manchmal gewährleistet nur eine Aussortierung das Überleben der Spezies. Und Valentine wird in die Geschichte eingeben. Er hat die Menschheit vor dem Aussterben gerettet. Und er fällt die Entscheidung, wer aussortiert wird. Richtig? Seine reichen Kumpel dürfen weiterleben. Und jeden, der es seiner Meinung nach wert ist, bringt dann Sicherheit. Ganz egal, ob derjenige zustimmt. Und Sie? Exi. Harry zu Ehren. Bitte ich Ihnen an, mit uns Teil einer neuen Welt zu werden. Es ist soweit. Sie müssen sich entscheiden.